So liebe Leute, gerade mein ersten Wettkampf hinter mir dieses Wochenende. Ich melde mich mal live quasi aus Ebenbüren, denn ich werde jetzt gleich hier ins Aseebad gehen und mich ausruhen, erholen für morgen. Und Klippenlauf waren jetzt ungefähr 25 Kilometer mit ungefähr 500 Höhenmetern oder sowas. Ziemlich anstrengend und die letzten Jahre bin ich immer die kurze Strecke gelaufen, die 12,7 Kilometer, also die Hälfte. Und bin eigentlich jede Klippe gegangen damals, weil ich ja überhaupt nicht hochgekommen bin. Und diesmal konnte ich bei der doppelten Strecke jede Klippe laufen, auch wenn ich ganz langsam gemacht habe, weil ich ja morgen noch den anderen Wettkampf habe und dementsprechend das Ganze heute ein bisschen lockerer angehen lassen wollte. Aber war anstrengend trotzdem, anstrengend genug. Einer hatte mich dann noch überholt an den Klippen, ist er dann immer weggekommen. Hatte dann am Ende auf den letzten zwei Kilometern oder so noch, ich sag mal, 200, 300, 400 Meter Vorsprung oder sowas. Und dann habe ich ihn, komischerweise, ich weiß nicht warum, er ist auf jeden Fall völlig eingebrochen oder sowas. Und den habe ich dann noch gekriegt. Bin dann Vierter geworden, insgesamt vorneweg nur so ein paar richtige Cracks, die aber auch schon von Anfang an losgelaufen sind, wo ich dann gesagt habe, nee, da laufe ich jetzt mit Sicherheit nicht mit. Und ja, wollte mich dann auch zwischendurch so ein bisschen schonen für morgen, für den Strong Biking. Also jetzt ab ins Schwimmbad. Wollt euch mal so ein kurzes Update geben, so ein kleines Live-Video von unterwegs quasi. Also hat sehr gut geklappt. Ich bin dieses Mal aber auch testweise mal mit Kohlen-Draht geladen gelaufen und die ersten zehn Kilometer waren richtig scheiße vom Gefühl her. Meine Oberschenkel gingen relativ schnell zu. Und erst nachher, als ich wieder, ja, als ich so nach einer Stunde oder so bestimmt so wieder leer gewesen bin, wo dann Ketonkörper wieder kommen, da habe ich wieder gemerkt, da ging es wieder. Und dann konnte ich am Ende eben auch noch den anderen wieder kriegen und die anderen dann hinter mir lassen. Also es klappt ohne Kohlenhydrate, kann ich euch auf jeden Fall sagen, deutlich besser. Heute, ich wechsle mal eben den Arm, war ein guter Test heute mal, ist kein wichtiger Wettkampf gewesen. Trotzdem sehr anstrengender Wettkampf natürlich. Und ja, kein Wettkampf, wo man auch irgendwie so sagen kann, ich teste mal fünf Kilometer oder zehn Kilometer Zeiten oder sowas. Weil so ein Klippenlauf oder so, so ein Crosslauf ist natürlich keine, keine genormte Strecke, sag ich mal. Ja, das war's so. Deshalb als kleines Video, weil gestern auch keins kam und diesmal live. Mal gucken, ob das hier mit dem Hochladen gut klappt. Also ein kurzes Update-Video. Bin gespannt. Morgen früh 6 Uhr aufstehen. Deshalb jetzt schnell erholen im Schwimmbad. Einfach mal so ein bisschen liegen. Die Muskulatur richtig schön lockern. Natürlich Eiweiß-Shake hier und Eier am Start. Hier sind Eier drin. Die werde ich dann auf dem Rückweg gleich essen und dann relativ zeitig auch ins Bett gehen heute. Also kleines Update heute. Klippenlauf, Platz 4. Und ja, insgesamt waren es, glaube ich, eine Stunde, jetzt seht ihr meine Finger, eine Stunde 40 oder sowas. Also sehr gute Zeit eigentlich für fast 25 Kilometer plus die Höhenmeter. Bin zufrieden. So kann es weitergehen. Keine Probleme übrigens gehabt auch mit Krämpfen oder so. Lief richtig gut. Also das Training die letzten Tage und Wochen hat sich richtig bezahlt gemacht. So, Feierabend.